Was bisher geschah Licht! Leute, ich hab den Ausgang ge- Ach, fuck! Das kommt mir so bekannt vor. Waren wir hier nicht schon mal? Die Höhle und ich Ein Tagebuch von Gandalf Oh, ähm, ja. Das hab ich mal vor drei Wochen oder so geschrieben. Jetzt haben wir wenigstens was Spannendes zum Lesen. Ich halt's nicht mehr aus. Lass mal abkauen. Tag 384 Heute haben wir ein Fenster gefunden. Wie bescheuert muss man sein, um in so einer riesigen Höhle nur ein kleines Fenster einzubauen. Ich mein, ist ja klar, dass die sich die Stromkosten nicht leisten konnten und alle weggezogen sind. Kommt da auch noch mal irgendwas Spannendes, oder? Nein, das geht immer so weiter. So, jetzt reicht's. Ab jetzt bin ich der Zauberer. Du als Zauberer? Hm. Da könnte man auch gleich R2-D2 zum Jedi ausbilden. Hm, hm. Gandalf, mir reicht's jetzt. Aragorn, der Elb und ich gehen jetzt alleine weiter. Na, endlich. Mir ist so langweilig. Ey, Leute, ich hab noch ein Game Boy. Alter, und das sagst du jetzt erst? Hast du Mario? Mario? Sind wir richtig? Sag du's mir, du bist doch der Zwerg von uns. Was ist das denn? Kleingeld, ich brauche für Hingesüße. Kleingeld. Hey, bärtiger Minimann. Hast du vielleicht mal 50 Cent für'n Kaffee oder so? Ist das Kleingeld? Hey, was soll'n das? Oh, schon mal was von Zahnbesser gehört? Ey, hinverziehen. Hast du mal Kleingeld? Entschuldigung, hast du vielleicht mal... Ha! Kleingeld. Kleingeld? Hallo, habt ihr das Kleingeld? Ganz der Obdachlose. Kleingeld. Hörst du mal einen Eindruck? Komm schon, Mann, nur ein bisschen Kleingeld. Ich hab nix. Jeder hat doch ein bisschen Kleingeld dabei. Das brauch ich noch. Ey, komm schon, Mann. Hallo, ist jemand zu Hause? Das ist nicht ihr Zuhause, sonst wären sie doch nicht obdachlos. Ach ja. Das sind ja Zombies und keine Geister. Ey, ich bin doch kein stinkender Zombie. Ich bin ein Geist. Ich kann doch deine Knochen sehen. Geister haben keine Knochen. Hm. Ach so, Dad, ja. Wir haben uns als Zombies verkleidet. Ey, verarsch mich nicht. Bist du The Talking Dead oder was? Ey, wir sind verdammt noch mal Geister, ja? Wie aus Ghostbusters. Mit Kettenrasseln und dem ganzen Scheiß. Ja. Haia. Haia. Ha. Ja. Ja. Geister kann man nicht berühren. Ja, okay, ihr habt gewonnen. Wir sind Zombies. Mhm. Und jetzt haut ab hier. Ihr habt's gehört. Das war ja mal sinnlos. Entschuldigung, meine Leute sind echt dämlich. Oh mein Gott, wir haben's geschafft. Das war ja schwieriger als der Fels-Tunnel. Äh, Moment. Fehlt da nicht einer? Legolas. Gandalf. Wo ist er? Aber ich hab ihn doch gerade noch gesehen. Heute wart ihr da mit dran, auf Gandalf aufzupassen. Na gut, alle wieder zurück. Drei. Ah! Ah! Hey! Das war ja sinnlos. Habt ihr den Ausgang gefunden?